recht herzlich willkommen zur 56 folge von faktorio so wir laden hier noch ein wie plan wir reichlich ich glaube wir fahren damit erstmal runter oder das sollte erstmal genügen falsche richtung so rum aber wir können ich weiß gar nicht eisen stopp 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 andere richtung richtung auch noch fahren müssen eisen holen aber jetzt wird er nicht schneller oder was aber da ist auch ein angriff ist vorne so voll machen bitte einmal unter 250 ok einiges wir könnten während der gerade geladen wird mal aussteigen und gucken kann man hier nicht die türme angucken ach das sind keine was das netzinformationen habe ich jetzt gar nicht angeklickt oder was ach das ist eine zentrale da oder was wo die kommen von dahinten warum kommen die von dahinten die sind doch immer von vorne gekommen und ach so hier kann ich sehen wer was wie viel braucht interessant und das hier sind lasertürmer okay das sind lasertürmer das auch gut dann haben wir ja können lasertürmer bauen das ist doch ein mg-türmer ach so ok die stehen da ohne dass wir sie bauen können wir können nur mg-türmer bauen ja mehr geht nicht ja gut ok dann leser brauchen keine munition bedeutet wir können dann fahren zurück so jetzt mal kopf war drinnen und eisen und das muss ich gucken aber der packt wieder die eisen an die dingen sie lockt auch an nein kein lingen sind aber ist das nervig dann machen wir das hier so da gibt es nur kupfer einmal aussteigen der macht leer wir brauchen jetzt wahrscheinlich das kupfer und auch das mit tier so dass wir aufsammeln nach jetzt kommt ein kupfer weil da unten alles mit eisen gesteuert mit dingen zu starten ist auch schon mit kohle verstaut ist so jetzt geht das auch und das geht jetzt auch mal wenn wir türme bauen wollen brauchen war das war das kupfer eisenplatten kuppert platt eisenplatten und was dritte ich weiß nicht mehr klubzahnräder sammeln wir erst mal die sache auf und da kann man gleichzeitig gucken und aufsammeln ja sieht so aus eisenzahnräder kupferplatten und eisenplatten wo kann ich davon jetzt bauen ein ein turm ist aber zu wenig denke ich mal drei ob man bestimmt muss noch gucken mit munition wieso wächst gerade die munition ach so die möglichkeiten die zu bauen ist das gut ich habe schon fast wieder alle wo kein strom war wieder ein angriff da oben hier das hier ist ding ins ne sag schon munition zum schießen haben die da laser ist nur da oben ja da müssen wir gucken ich sammeln aber gerade noch zwei türme zwei türme ist zu wenig überhaupt mehr türme drei gehen jetzt kupfer fehlt mehr kupfer kriegen auch nicht hier unten ist zwar noch was aber das war es dann erstmal dafür wie viele sachen hatte ich da schon geguckt mit stadt werden aber noch nicht das wollte ja mal gucken was brauchen wir denn noch dass die frage nach auto eisenplatten stahlträger ohne 800 aber da unten laufen auch ganz viele rum wollte mit dem auto fahren müssen wir die male hier aufsammeln was macht er denn hat er nicht die aufgabe hier für stadträger kriegt sind da so jetzt sind der die vom system raus gut ja dann können wir die drei bauen munition haben wir dann auch hier legen wir da meinen obwohl doch passt schon drei türme machen wir mal so nach so erst um ist fertig ist ja wohl etwas länger das brauchen wir dann noch abkünden noch schauen ob man nicht hier unten irgendwo da nur noch steine da kommen noch ding ins bauen verteidigungsanlage dieses jahr 10 369 12 plus 4 16 dann kann man drei stück glaube nehmen aber ich weiß nicht wie groß die türme sind ich glaube 16 brauchen wir schon mal so und da kommen dazu 800 braucht man noch mehr gewandert so die stadträger werden jetzt auch weniger so ist nicht jetzt mal wieder kupfer da ich da was verpasst weiß ich auch nicht jetzt würde ich sagen wir haben türme werden munition verteidigung auch die eigentlich strom keine ahnung so kann man doch hoch und gucken zu dass wir dann unsere anlage anfangen zu schützen dann kommt der abzweig da ist er so stopp das passiert schon mal so 1 2 3 munition da munition da munition wo ist die gute ladung da dahin passt dann wollen wir die mauer da noch dann bin ich zu weit weg so mehr wenig kann ich noch kann noch 2 machen wir noch noch mal 2 so so ich glaube so ist gut so die können sich verteidigen müsste jetzt klappen alles ist das nur hier schon kaputt da können wir gleise bauen waren die hier da da auf anderen seite bräuchten wir keine gleise ne weil geht ja hier schon da funktioniert ja naja ok wie viel ist dran aber schon ziemlich voll das würde bedeuten den rest würde ich sagen nehmen wir noch eisen mit so so fährt er nicht schneller so und stopp stopp so hier wird es ein bisschen schneller so läuft doch pack mal ein das ist einiges da sind welche oder die kommen runter kann das sein da ich glaube die weibung an gleich wieder voll ne andersrum so rum müssen wir wo da kommen welche gerade die sind aber schon kaputt ne hier wieder davor ok dann fahren wir wieder zurück wir sind voll geladen voll speed da runter ich muss die kohle wieder da bekam so passt es noch ich doch ausgestiegen ach so ja da muss ich hier wieder einsammeln da wird wieder was fehlen laufen die kohle wegnehmen sonst klappt das nicht so läuft so was braucht man nach stahlträger und die waren hier unten also ne da nicht sondern die kiste 32 jetzt gucken wir gerade wie wir schon haben das auto einmal einsteigen ja noch 700 nicht mehr 800 dann ne 700 weniger sogar 680 ne das war die falsche taste raus wollte ich mit enter 780 eisenplatten panzer bräuchende munition ja was machen die hier eigentlich jetzt so in der zwischenzeit eigentlich hier alles ok die kommen wir demnächst dann hier auch vorbei ne glaube ich ne und dafür ist auch dran ne und schon ist zack wieder weniger ne die produziens hier nur panzer bräuchende munition und dafür brauchen wir verdammt viele stahlträger noch ne was basteln die hier auch das ja das ist noch einiges was wir da brauchen ne so machen das alle die beiden hier auch auch alle machen panzer bräuchende munition aber alle so da bin ich zu weit weg deswegen geht das nicht alle haben keine stahlträger ne okay steht stahlträger aber keine eisen äh kupferplatten so gucken wir hier unten noch was da auch ne dann ist es da 35 stück wächst ja gut das ist ja noch ne mammut aufgabe dann kann man das eigentlich zurück ja zurückbauen kann man aber ich meine jetzt so zurückbauen indem man hier wieder was raus gewinnt ne wohl nicht müsste die in den hochofen legen können und dann einschmelzen ne das lasse ich mal vielleicht müssen wir hier mal was abbauen weiß ich auch noch nicht der sammelt hier schön ein ja irgendwo kommt zahnräder oder wie sehe ich das ist da oben noch irgendeine zahnradproduktion ich glaube das wäre nicht gut ja eigentlich nicht ne sind die zahnräder noch von irgendwann hier drinnen oder was ne ich meine das wären alles ne ne passt schon gut aber wer produziert davon noch keiner ne weil eisenstahlträger fehlen wer baut die denn warum geht da nix der müsste doch sag schon achso da wären sie nicht genug da die empfehlen hier die Stahlplatten, dass er Eisenträger machen kann gut das bedeutet mehr Eisen kommen wir erstmal mal gucken gehen unten erst die wir jetzt haben Nummer 17 da ist nix da sind noch 5 Stahlträger drin die Hinderung mit hoch steigen wir einmal ins Auto ein Eisenplatten 2000 Stück Stahlträger sind wir jetzt wieder weniger dafür haben wir Platzabrechner Munition hatten wir auch schon mehr aber da oben sind 300 ja in diese Geschütztürme gekommen naja dann hopps das war der falsche Knopf Endtag raus bedeutet weiter produzieren stopp nein der holt wieder Kohle raus naa also irgendwas muss ich mir da einfallen lassen kommt fahren wir erst hoch egal wir brauchen Kupfer wir brauchen Eisen damit wir Munition machen können als erstes andersrum fährt der Fisch naja fährt jetzt aber auch rückwärts ne so so jetzt laden wir hier ein brauchen wir hier was? nein 100 100 100 der wird auch 100 haben ich komm jetzt nicht dran da oben bewegt sich was aber die drei Geschütztürme sind glaube gut das heißt nicht mehr 100 99 warte einmal aussteigen gucken gehen der hat auch nur 99 der hat doch viel mehr geschossen oder? naja egal so bis die Hälfte müssen wir voll haben und dann haben wir den Rest noch Eisen oder brauchen wir mehr Kupfer wie Eisen oder Stahlträger machen müssen genau Stahlträger waren ja mehrere Stahlträger waren ja mehrere so die 2,1 Bären jetzt fahren wir gerade zum Dingens wie heißt es zum anderen äh dass da kein Licht geht ist komisch ne? naja so so da sind wir einmal bitteschön voll machen gut zähl doch da oben sind wieder Bewegungen ne? ja da kann ich nicht in die Karte rein suchen da ist nur hier rein zu zoomen läuft ich glaube heller ne? Tag kommt ja ja das ist gleich voll dann können wir wieder fahren so voll falsche Richtung wir müssen da lang gut voll Gas runter der fährt richtig schnell vorwärts ne? jetzt kann ich jetzt kann ich was hier hinaus ah wieder wieder die Kohle anladen so ein Shit gut Enter ja die Kohle vom Band nehmen so ein Shit na komm mach alles runter weg so so jetzt sollte es gehen und dann läuft es auch so jetzt müssen wir mal gucken was da fehlt natürlich Stahlträger hier haben wir noch welche können wir gerade reinlegen ok da ist glaube eine wieder durchgegangen dann dann Opfer kommt sieht es bei der nächsten aus der ist auch Kupfer der hat die Stahlträger dann kriege ich die doch besser da rein oder? dann kann der arbeiten dafür jetzt ich glaube aha doch da geht es rein und da raus der fuckt aber gerade gar nichts an keine Ahnung warum die müsste doch hier auch was nehmen oder? hm komisch so hier wird auch fleißig genommen da eher nicht da auch nicht da kommt wahrscheinlich gar nichts erst vorbei wir haben wieder 16 mehr die nehmen wir mal noch mit und drei Stahlträger sind hier auch noch dran da wird fleißig produziert da nicht da auch nicht haben wir dem genug Stahlträger Kupferplatten kommen hier unten nicht hin ne? da sind auch gerade keine Kupferplatten unterwegs mehr es wird gerade alles in Stahl gemacht das bedeutet wir müssten wieder Stahl holen aber ich sehe schon wir sind voll über die Zeit das machen wir nächstes Mal da besorgen wir uns die Kupfererze und dann machen wir da weiter ok recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss 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 tschüss